Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Gods of Doom. Hier, ich habe auch einen anderen Account, der ist noch ziemlich neuer. Wenn ich halt neu starte, kann man so sagen. Und hier habe ich für die Anfangswaffe bei den Sportgewehren die Rambog geholt. Ähm, nur drauf. Die werde ich noch nicht abgollen, weil ich im Moment auf die Dorn spare. Die hat Macht, nämlich Feuerschaden, Fanggeschosse. Die hatte ich übrigens auch auf meinem alten Account lange Zeit gespielt. Den Schlitzer hatte ich ja sonst da gespielt, aber ich würde dann die Dorn und dann die Gießkanne. Die würde ich mir dann holen. Also im Moment habe ich noch die Legende, die schlechteste Waffe hier, ganz auf oben. Damals habe ich bei den Sportgewehren mit dem Todesurteil auch gespielt. Hier spiele ich aber mit der Rambog. Ich finde, dass es die, ich weiß nicht, ob der Sturm noch eine Anfängerwaffe ist, aber die sind halt noch für mich alle sehr teuer. Also, ja. Und dann würde ich jetzt mal sagen, das würde ich euch noch zeigen. Meine Hose habe ich Panther. 20% schneller Geschwindigkeit. Das ist hier echt gut. Ähm, dem Gott so tun. Die Brüste und dann habe ich Kevlar an. Und meine Pistole, Chance, immer noch die gleiche. Dann würde ich mal sagen, ich bringe es in eine Runde. Und ich habe den, oh, ja. Das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, aber dann auch nicht, denn es gibt solche Drohnen. Die, ich habe bis jetzt eine Drohne, die muss man losschicken. Die kann man losschicken natürlich. Die bringen dann für 100 Gun Bugs und dann bringen die irgendwie 200 bis 300 Gun Bugs mit. Das heißt, man macht immer Gewinn. Und diese Kämpfe hier könnten etwas länger dauern. Oh ja, das war schon schwieriger. Aber diese Kämpfe können etwas länger dauern, weil die Spieler noch nicht, noch ein bisschen verkämpter sind. Ah, da. Schlitzer, das war der eben, den ich noch gefehlt hat. Schlitzer ist natürlich auch eine gute Waffe. Dawn ist, finde ich auch gut. Ähm, da hätte ich... Kommt mit Rambok. Ah, nee. Ich habe vier. We spawn trappen auch alle. Das ist eine gute Taktik hier. Das kann man noch gut machen. Wenn man viel stärker ist als die Gegner. Dann kann man das... Geht das ganz gut. Das erlebe ich auch immer noch auf meinem schlechtern Account. Das erlebe ich auch immer noch auf meinem schlechtern, nicht schlechtern, sondern besseren Account natürlich. Da auf Level 25, oder wo ich da bin, werde ich auch noch manchmal gespawntrapped. Die waren noch nicht. Die waren alleine. Oder was? Da. Da haut er einfach ab. Oh. Gott, ich war es jetzt. Ja. Mein Muni geht auch langsam aus. Und da habe ich noch einen Schlitzer. Ui. Da ist doch wieder einer. Oh. Da bin ich der Granate noch geradeaus gewischen, weil Granaten machen ja tausend Schaden. Und dann bin ich gut schon mal auch tot. Aha. Da habe ich den ausgedrückt. Ähm. Jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Granate getrunken werde, dann wäre ich tot. Ähm. Legende. Kann ich die nehmen? Äh. Komm, den Schlitzer, den spare ich mir noch. Da habe ich schon mal so eine Waffe. Und dann. So. Ähm. Das gute alte Visier vom Schlitzer. Ja, irgendwie ist das, wenn man hier mit dem Visier rumläuft. Oh. Ich bin ein One-Shot und der hat so hart veräumt. Jetzt komme ich nicht da ran, Alter. Ich habe nur noch fünf Schuss. Und für die anderen Homburg habe ich keine. Ja. Ich versuche jetzt einen einfach mit einer Granate mitzureißen. Und hat nicht geklappt. Ja. Ähm. Aber. Jetzt habe ich ja wieder. Richtig. Jetzt bin ich ja wieder voll. Das war knapp. Da habe ich mich noch gehealt. Ähm. Ja. Da hat er mich mit der Granate geholt. Aber. Und mein Teammate wird da weit gesandwiched. So. Den hole ich mir jetzt. Guck den Gegner. Ich habe den nie gesholt. Hat der mal etwa meine Rambock geklaut? Das hatte der, glaube ich. Der hat den so schnell fertig gemacht. Ach, hier ist gar keiner mehr. Hallo. Jetzt bist du weit weg für mich. So. Und ich gehe mal in die Scheune rein. Oh. Das tat weh. Oh ja, Messer. Das hat er gut gemacht, der Junge. Messer. Das ist eine gute Taktik hier. Besonders noch am Anfang. Weil damit macht es ihm schon viel Schaden. Oh. Das ging schnell. Treffer wäre ja. Nice. Bestimmt schon eine Domination. Da heile ich mich doch gerade. Oh. Und das schon. Ja. Von wo hat der mich denn gekillt? Das ist wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, aber wir haben schon fast wieder gewonnen. Oh nein. Oh nein. Ja. Da dachte ich, ich wäre weit genug weg von der Grenade. Und da werde ich noch angehittet. Da habe ich dich noch geholt, mein Freund. Da wohl konntest du mir nicht weglaufen. Ja. So, ja. Das war jetzt ein Match. Oh, bin sogar erster. Das ist ja auch mal selten. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war es von dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020